Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Infovideo. Ich habe jetzt schon ein paar 101s aufgenommen und dann ist mir aufgefallen, dass sehr viele nicht online waren. Oder sie waren zu der Zeit nicht online, als ich geguckt habe, wer denn so alles ist. Sonst hat sich keiner wieder gemeldet. Und deswegen dachte ich mir, vielleicht wir machen das nochmal so, dass alle, die noch 101 möchten, haben einfach die ganzen Ferien überzeigt. Schreibt mich einfach an, wenn ihr 101 möchtet. Ich nehme das dann auf. Ihr könnt auch mit mir skypen oder was ihr wollt. Also jetzt nicht nur dieser eine Tag gewesen, sondern ihr habt jetzt noch Zeit, um 101 zu machen, wenn ihr denn möchtet, wenn ihr Zeit habt. Wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Ich habe ein paar aufgenommen, das reicht auch. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Und zum nächsten Mal. Vielen Dank.